Wir sind hier im knapp 14 Quadratmeter großen Erdgeschoss vom Tiny House Tower und ja, es ist halt wirklich klein. Wir haben ja schon ein bisschen gesnackt und hier ist ein Gästebad und dann geht es direkt weiter hoch. Ihr seht hier schon ein bisschen kleinere Treppen, aber man kommt gut hin, man kommt gut hoch. Man muss ja ein bisschen aufpassen. Wir haben hier ein zweites Bad mit Dusche. Ich mache euch mal gerade das Licht an. Zweieinhalb Quadratmeter. Wir haben ein Gästezimmer und jetzt kommen wir hier zum absoluten Highlight. Wir haben diese Aussicht im Schlafzimmer raus. Alle Details diese Woche Freitag um 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal Hausbauhelden.